Wir haben Sie die Tage gesehen, wie Sie eine Schildkröte fotografiert haben. Da sollten Sie, glaube ich, Ihren Beruf darstellen. Können Sie uns verraten, warum Sie die Schildkröte gewählt haben? Das muss ja einfach nur ein Stofftier sein. Hat keine Hinterkunft? Nein, das muss ja nur ein Stofftier sein. Sie müssen nicht Ihren Job darstellen. Dass ich so schnell arbeite wie eine Schildkröte, was die Unterstellung hat. Was die Unterstellung hat. Und einen dicken Panzerraum, wird immer besser. Einfach das erste Stofftier, dass ich reisebereit war, mit mir mitzukommen. Das ist eine Schildkröte, mit einem Schildkröte, mit einem Schildkröte.